So, da haben wir sogar ein richtig ausgewogenes Team hier. Zumindest für den Rollen. 2x Firepower, 1 Frontliner, 1 Support. Check here to giant Discord Team Chat. Ja, nur wenn du Discord drauf hast. Ich hab's nicht mehr drauf. Mir steht jetzt die ganze Zeit oben, ich soll Discord installieren um den Team Chat zu aktivieren. Dann würde ich es vielleicht einmal installieren und einfach nur da haben, damit die Meldung nicht mehr kommt. 5, 4, 3, 2, 1. So, die haben ja auch alle schon irgendwelche Sachen bekommen. Ne, wir möchten die Bots. Ach. Ich spiele ja auch nur mit Bots. Achso, hast du jetzt eingestellt? Ne. Nein, das ist aber nur... Achso, geil, stimmt. WTF? Was ist das? Aber warum haben wir dann 30 Sekunden gesucht? What? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weil das Server vielleicht erstellt werden musste. Ah, stimmt hier. Ich werde nämlich nicht gesehen werden. Und erst recht nicht treffbar sein. So, mal unsichtbar gehen... die richtung Okay, ich treffe sie immer noch mit einem Strahl. Und ich mufe das da voll rein, ey. Irgendwie waren die gegnerischen Bots stärker als unsere. Joa. Oh. Hm. Will ich jetzt garrison fressen oder Asana? Wahrscheinlich Asana eher, oder? Brauch ich ne Ahnung. Oh, man kann jetzt neu pingen. Nein. Oh, nein. Ja. Sie erwischt alle. Ja. Natürlich muss ich ja, dass ich da stehe. Ich kann ja nirgendwo anders sein, wenn ich unsichtbar bin, oder? Da das einfach mich angegriffen hat, oder so. Okay. Klar, für mich zu einer Seite genau im Ziel. Die Bots cheaten schon wieder bestimmt. Wieso? Ja. Ja. Ich wollte sogar sagen, du kannst die beiden erwischen. Du machst noch mehr Damage, wenn du mit beiden eintriffst, ne? Momentan. Hau ich. Das beide. Ja. Mit beiden. Oh, du willst mich? Komm und geh mich! Zum Ramport klatscht sie einfach um. Okay, dann macht sie vielleicht dort ein bisschen mehr Damage. Vielleicht immer ein bisschen das Gefühl, sie ist ein bisschen schwach. Ja, haben die vielleicht angepasst. Ne, ich habe einen anderen Mod genommen direkt von Anfang an. Doch. Weil auf dem Test so wartest du alle Mods frei. Ja, der Mod ist halt, der Anfangsmod ist das, ähm, doppelt getroffene. Ja. Ja, vier Damage mehr nehmen. Wie gesagt, ich habe es mir durchgelesen. Ich bin optimal, alle weg. Okay. Also eigentlich, eigentlich würde ich sie anders wegwerfen, aber gut, werfe ich sie jetzt so weg. Ja, real. Und dann positioniere ich mich hier. Und da gibt es Laser Laser. Ich heimlich immer direkt. Wenn du deinen Laser weiter auflässt, dann kannst du länger lasern, ne? Ja, stimmt auch. Aber du kannst dich ja nicht bewegen in der Zeit. Ja. Das hört schon ein bisschen kacke. Ich dachte, du kamen, um zu kämpfen. Oh, ich kann einen Schlag. Kannst du? Was macht's denn eigentlich da, Mann? Scheiß Bond. Ah, Azana ist tot. Geil. Rechts. Ich bin nicht so im Link da drin stehen bleiben. Finn heilt uns, wuuu! Es ist sogar sinnvoll, dass der Finn uns heilt. Die Scheiß-Grey dahinten überrascht der Welt. Oh nein. Oh nein. Ich glaube, er ist tot. Jep. Aber ey, zack, Alter. Easy. Ich bin richtig weit gekommen, sagst du. Round and round, dude. So. So, den mal lasern. Okay, Rampart will die noch ziehen. Warum das? Kann ich ausweichen? Nein. Ach doch, sie kann ausweichen. Krass. Weil sie ist tot. Nevermind, sie kann ausweichen. Noll. Predictive. Ey, war was? Ja, Rissen war da. Achso. Oh ja. Jetzt gibt's Laser. Ehm. 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 Wirklich keine Lust. Ah. Ich spring einfach direkt nochmal. Nochmal springen. Ach lol, mein Dash ist nur auf einem Zweier-Cooldown. Die haben ja voll gebufft. Der ist ja mega stark. Das kann nicht richtig sein. Hä? Kann nicht richtig sein. Ich mein, der Dash hat schon zwei Runden-Cooldown nur noch. Ja, das kann nicht richtig sein. Das ist mega stark. Fressen hier. Okay, es sind vielleicht drei Kunden, äh, drei Runden effektiv? Aber da steht zwei. Keine Ahnung. Also jetzt hab ich immer noch zwei Runden-Cooldown. Also jetzt hab ich immer noch zwei Runden-Cooldown. Habe ich Kimin? Ja, müssen wir ja nicht. Ich greif noch an auf jeden Fall. Gut. Na dann. Er hat so ne hässliche Mimik, ne? Es ist so unendlich hässlich. Aber ich bin auch tot, unter Umständen. Oh nein. Bist du sag nicht, wir sind beide tot. Bitte tüt er dich. Wer er zuhaut, könnte es passieren. Oh! Jep! Oh, ein HP! Ein HP! Zu gut! Behold! I will beendet. Ich will überleben! Ha! Ich greif nicht an! Oh! Oh! Das war... Klose. Okay. Und der... Dottet. Hä? Auf einen? Ja, lass ihn doch. Du gehst mir auf den Sack. Du gehst mir auch auf den Sack. Ne, dich meinte ich nicht. Ja, weiß ich. Ist schon klar. Ausnahmsweise. Und ich meinte dich schon. Boah! 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 Das ist jetzt fies. Hallo! Guck! 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 Komm, lass uns da zuhren. W- Lass uns auf die Aurora gehen! Ach, nee, Aurora sitzen bleiben ist scheiße! Also, da bleib ich nämlich auch sitzen, na dann ult ich halt mal, ne? Ich treff sie gar nicht richtig. Ich ult einfach mal um, mal sehen ob ich irgendwie genug damage mache. Der Cuda von ihrem Schild ist halt echt nicht bad. Drei Runden mit einmal Braindjuice kannst du einfach zwei Runden lang chillen. Ne, kannst du nicht, weil du hast immer noch eine Runde Cooldown. Ne, aber die eine Runde ist ja in der nächsten Runde schon vorbei, oder nicht? Ne, ne, ist es nicht mehr. Deswegen sag ich ja, ich hab bei meinem Dash zwei Runden Cooldown stehen, da sind auch wirklich zwei Runden. Also es ist nicht, dass ich dann in zwei stehe und die nächste Runde ist schon nur noch eine Runde. Ne, ne, die nächste Runde sind es noch zwei Runden. Also, da stand auch eine 3 in der Runde, wo ich es benutzt habe. Aber die können beide nicht abhauen. Ach stimmt, da ist noch eine. Ist gescrambled. Ne, drei sind sogar gescrambled. Ach, ich komm noch nicht ran. Ich komm nicht an die Garrison. Kommst nicht an beide ran gleichzeitig, sagst du? Ne, ganz knapp. Ist natürlich doof. Ach so, du kannst nicht mehr genug drehen. Ja, alles klar. Aber sowas. Abgehauen. Ist mir egal, jetzt kommt. Einmal rüberziehen. Einmal durch. Durchlasern. Ja, mach ich jetzt den Finisher. Dann halt weg. Also ich glaube, die kann ziemlich viel Dabage machen, aber das ist echt schwer. Oh no, hier ist es durchlaufen. Ja, erstmal durchgelaufen. Ge, Ge erstmal machen, ja. Nein. Doch. Erstmal ein Gegebens machen. Mach ich nur in PvP. Ich hab meinen ersten direkt rausgeballert. PvP-Mode unlocked. Nice. Geil. Uh. Bei mir ist noch die ganze Zeit irgendwelche Animationen durchgelaufen. Da stand schon, dass du disconnected bist. Ja. PvP. Jetzt muss ich aber noch meinen Loot öffnen. Garrison Skin bekommen. Ich hab erstmal einen grünen Rampart bekommen. Warte, wo ist der Sickle Garrison Skin? Da. Pro-Type. Ja, ist aber gar nicht so scheiße. Ja, das ist echt nicht schlecht. So. Oh nein, das wollte ich nicht. Ups. Übrigens gibt es jetzt einen Füllknopf, hast du das schon gesehen? Du kannst sagen, du wirst die Rolle füllen. Echt? Dann kannst du aussuchen, wenn dann Teammates feststehen, wen du haben willst. Achso, LOL, das ist mir ja gut. Ja. Weißt du was? Ich hab mir auch so gedacht, das hätten sie viel eher einführen müssen. Und irgendwie viel deutlicher rausstellen. Weil dann weißt du halt, wie die Team-Composition ist. Oh. Ich hab ganze 480 Schaden gemacht. Ja, du warst ziemlich gut. Ich bin mit dir nicht so zurechtgekommen. Finde ich echt nice. Ich weiß nicht. Gar nicht so bad. Keine Ahnung. Ich hab's irgendwie herb verkackt durch die erste Runde gespielt damit ihr. Hat die so viele Skins? Wo ist die denn? Da. Geht so. Oh, ihre Banner, ihr Flair, das ist niedlich. Wobei ihr richtiger, sozusagen zweiter Skin ist ja schon ganz geil eigentlich. Ähm. Der ist so cyberpunk-mäßig so. Also Racelander, oder? Ja, ja. Also ich hab grad hier einen in so grau und gold gehalten, der ist eigentlich ganz nice. Ah ja, mit weißen Haaren. Ja. Der ist nice. Oder der pink, der ist auch in Ordnung und so. Also bisschen lustiger. Ja, ja. Also die sind schon... Die hat ganz okay Skins. Ja. Da haben wir schon Schlimmeres gesehen. Ja. Aurora heißt Aurora. Aurora? Ja, der zweite Skin sieht fast genauso aus wie der erste. Ah stimmt, wo sie da so ihre Dinge hat. Ja, aber weiß ich nicht. Sieht schon cooler aus so, aber... Ja, aber hat einfach nur ein paar Partikel-Effekte mehr drauf und sonst nix. Und bisschen mehr Haare. Wahnsinn. Da ist es schon bei ihr geiler, finde ich. Und deutlicher zu sehen. Okay, stimmt. Aurora hat hinten ja noch auf dem Rücken, kriegt die noch was auf ihrem zweiten Skin. Hab ich noch gar nicht gesehen gehabt. No. So. Ähm. Okay. Wir beide wieder nur mit Bots. Wieso? Wieso spielen wir jetzt mit Bots? Ja, ich spiele noch gar nicht. Pacific National und Kray. Tank und die D... Ja, aber es sind drei Sachen gepickt. Asana ist auch Kray ausgegraut bei mir. Warum sehe ich das Team nicht? Das ist doch kacke. Ja, wir haben Kray und Asana. Ja. Okay, und warum ist Lockport ausgegraut? Weil ich den gerade hab. Als... Till. Ah, okay. Das mit dem Kray und Asana. Das kam irgendwie bei mir nicht an. Hier ansonsten... Report. Alright. Du bist Support-Gain? Ja. Dann mach das mal. Let's do it! Duty Call. Ich nehm mal Call of Duty, Mann. Das ist mega gut! Feier das nicht? Das Film? Ja, das ist mega gut. Aber irgendwie, wo ich das ausprobiert hatte, war das irgendwie ein bisschen besser. Also, da konnte man halt wirklich sehen, wer neben mir steht. Oh, die Gegner sind wir auch schon. Ich glaub ich kann mir sagen. Weil alles schon durch ist. Weil alles schon durch ist. 1, 4, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. Du bist nicht verpflichtet zu sterben. Du bist nicht verpflichtet zu sterben. Das hast du ja jetzt alles nicht. Ne. Ich spiel gegen Filthy Frank. Annihilator. Ne, nur Annihilator. Der Annihilator. Er ist nicht mehr Annihilator, sondern Annihilator. Er fehlt ne Silber. Der Boden hier ist hübscher, oder? Keine Ahnung. Kann sein. Das Gras war früher nicht da, oder? Hier sind noch mehr Texturen auf dem Boden. Das Gras war früher nicht da, bin ich der Meinung. Kann das sein? Direkt hier vor uns? Nicht. Also generell das Gras. Das Gras links war da. Bist ihr sicher? Waren dann hier einfach nur dunkle Streifen von den Unsichtbarkeitsfeldern? Keine Ahnung. Oh Leute, Moment. Macht das jetzt mehr Schaden in der Mitte? Tatsache. Oh mein Gott, man muss es jetzt genau zielen. Da haben sie jetzt noch ein bisschen gebufft, sagst du. Ich hoffe mal Grey bewegt den, dann hab ich ein Problem. Grey, lauf! Nicht stehen bleiben! Giving away this Gras skin. Yes. This will stop you dead in your tracks. Das ist ja auch gleich gedacht. Hä, dann kann man die Skins giften? Yep. Okay, sie laufen sehr gut. Ich glaube sie wollten einlaufen wo ich hin wollte. Oh leu. Great, du checkst es nicht, oder? Dass hier nicht dahin laufen kann, wo wir sind. Du wirst jetzt hinter der Dings stehen. Läuft sie echt dahin, wo ich hinlaufe? Nein, sie läuft dahin, wo ich hinlaufe. Alter, nein. Das ist doch behindert. Fick dich. Ich lauf sowieso nicht so weit, glaube ich. Ne, du läufst ein unter mir. Ah, zumindest hat sie getroffen. Das ist so dumm, dass Orion einfach keine Energie bekommt durchs Angreifen. Ja, außer du moddest es halt. Geil, wir stellen uns richtig gut hin. Vielleicht auch nicht. Dashed weg. Fick die beiden da mal. Und hol mir das Heal, meins. Ah, ich hab keinen Bock. Uns hier jetzt zu dritt klatschen. Stopping them dead in their tracks. Das ist immer so geil, wenn ich die ganzen... Ach, zöten noch. Ich wollte die 20 damit noch zusätzlich fressen, weil ich hätte auch keine Deckung. Oh. Naja. Loll, wie seid ihr denn? Achso, dann stimmt das noch eine Wand davor. Ja. Vielleicht vergessen. Oder auch nicht. Nomm, 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 nomm. Oh, Leute, die ganzen Damage, glaube ich. Könnte es sein. Ah, nicht. Schon. Eventuell muss ich den nächsten ausweichen. Ich gebe den Schild. Okay. Schild mich, glaube ich, nochmal selbst. So. Und. Dann noch wieder oben rein. Nein. Ich lauf da rein. Und dann da oben rein. Perfekt. Ich komme ja nicht weg von dem scheiß Titus, Alter. Das ist so nervig. Ich muss ihn töten. Attraktiv. You know? Blanko. Attraktiv. Ja. Du hast viel zu oft diese Torns gehört, Mann. Ja. Das ist wie ein Ausländer, die du ansagst. Tada! Ich glaube, die haben überhaupt keinen Schaden genommen. Was ist hier eigentlich der Standard? Next turn heal. Transpercent of Damage to Regalies from Fate Transparency. Du weißt, der geht mir gar nicht auf den Sack. Okay. Kann es sein, dass ich dich gleich heil? Oder? Nee, du heilst dich. 20% von dem Damage, den du bekommen hast, von dem Up's Dingens. Ja. Ich meine, ich fliege eh durch die Gegend, aber trotzdem, mein Move muss ich hier reinhauen. Ich versuche hier, eine Elf zu flöten. Zumindest nah an den Tod zu bringen, weil man noch... Oh, du hast 10 Shards bekommen. Nein, ich treffe dich nicht mehr. Oh. Kitsusi? Ja, ich schieße mir ins drauf, aber ich habe nicht mehr Damage, weil ich habe Aoe genommen für... Weil ich wusste, ob sie nach links oder rechts springt. Ja. Da unten. Da wollte ich mal wieder gegen das überhaupt treffen. So, jetzt will ich aber sagen, wir müssen springen. Also, ich muss der Ashen. Ja, ich finde auch, ich ulte. Ja, du kannst ja ulten. Das ist mir ja Wurst. Und dann lau ich weg. Warte, der Taunt war... NEAR BEFORE ME. Hahaha. Ja, gut. Durch den Catalyst ist das nicht ganz so schlimm, dass ich hier rum springe. Der hätte es nicht gekauft. Recht. Ja, dass du den da unten noch triffst. Krass. Ja, das war äußerster, äußerster Rand. Du kriegst ja keine neue Energie, auch wenn du... Ja, BATS. Was weißt du? Du kriegst ja keine Energie, wenn du Damage kriegst, obwohl du in der Runde... Äh... Ja. Keine Ahnung warum. Verdammt, er weiß, dass ich da bin. Dann werde ich glaube ich weg. Ich werfe auf Orion in der... dann... klar, da... weiß ich, werde ich noch ganz noch reden. Aber... Helios oder was? Äh... Helios, ja. Hab so, Zuri. I take the fight to you! Oh. Dead. Ah, sie sieht doch nicht auf. Oh man! Ja, den hat noch getroffen, ja. Dax. Oh, der tatsch ich auch. Uhuhuhu. Bisschen knapp, sagst du? Oh man! Okay, da ist ein Heel... Und ich lauf weg. Oder sterbe wahrscheinlich. Mach schon von rechts nach links, ne? Ja, ja. Genau. Also... Von deren... ihrer gegenüberliegenden Seite. Also... So, das ist halt keine... Ach so, ja. Es ist einfach... Ich hab... Ich... Ich dreh die Kamera einfach nie! Ich hab sie jetzt auch nicht gedreht, deswegen wusste ich was du meinst. Okay. Aber... Für die Zukunft meistens dreh ich es ja. Das tut aber weh. Und das... Damit treffe ich ihn nicht mehr. Schade. Und der war auch nicht mehr da. Fuck! Und tot. Oh, ich hätte dich schäden müssen. Der hätte es uns vielleicht überlebt. Wie viel Leben hattest du noch? 55 oder so. Ja. Ich mag es, wenn meine Prey fängt. Ja, dann hast du es verlebt. Oh, schade. Du wirst wahrscheinlich eher mal auf Suki gehen, anstatt die Leute zu fokussen, die sich healen können und dingensen können. Oh... Weiß ich nicht. Kommt drauf an. Manchmal... Bluntes ziehe ich auch eher den Support. Wir haben den Support ja nicht gefokust, wir haben alle irgendwie ein bisschen Damage gemacht. Also zumindest ich irgendwie... War nicht so geil. Boah. Was? Wenn sie einen Schaden gemacht hat. Sie hat ein Mod, das ich durchdashen kann, glaube ich. Oh, I'm pissed off. So, ich bin da nicht so ziemlich schnell, aber wie! Blatt! Ich weiß nicht, ich habe meinen Genre gegen den Strecken. Ich will den Grayskin haben. Welchen Grayskin? Ich weiß nicht! Wenn er wirklich... Wenn er wirklich so... Wenn er so selten ist, zu sagen. Sie können nur versuchen, in das Creator Programm von Atlas Reactor zu kommen. Danke, wie soll ich das machen? Nicht, dass Videos von dem Atlas Reactor machen. Für ein Stück reichen, glaube ich schon, um ins Creator-Programm zu kommen. Nein. Jopp. Niemand wird hoffen. Oh, bin ich jetzt so nah reingezoomt, dass ich mich... Aha! Ich weiß nicht, ich finde... Kameradrehen finde ich halt so unübersichtlich. Also ich für meinen Teil finde es einfach... Weiß ich nicht, ich finde es so... Ich habe eine Time-Mank gebraucht. Habe ich mir nicht sicher, wo ich hinlaufen soll. Oh, Lappen. Ich habe auch schon meine beiden Time-Manks weg. Ich habe nur eine, bis es geht. Daher geht es noch. Ich habe es riecht und ich habe es riecht. Und du hast es riecht. Echohammer. Echohammer. Copyrighted. Da hat 40 Franch und GG gepusht. Das ist richtig. Stand next to eachother. Pssst. Der GG reinhauen. Ähm, ja, einer ist tot von denen. Wenn der 2 läuft, ist ja auch tot. Oh shit. Der ist noch eine GG. Wow. Wie einem... Oh, das ist tot. Was ist noch nur 25? Als ob. Das hat schon immer 30 gemacht. Wollte ich auch also sagen. Mega stark früher. Gut, mega stark. Ähm. Na ja, das war schon... Karmach. Schon mal stärker zumindest auf jeden Fall. Ja. Ordentlich auf jeden Fall. 30 Damage ist ordentlich. Ich weiß nicht, mag ich die Grey ulti noch weniger. Ich mach die vorher schon nicht so sehr. Na, ist halt ein mega Sonic Tool so, ne? Guck ich mal da einen Busch nach. Äh, hast du Bock irgendwie wieder hier in die Richtung zu kommen? Ja. Ich bin um den Weg. Ach. Ich wollte nur die Probleme. Ach mein Gott, auch wenn ich ping. Aber die neuen Pings finde ich geil. Wenn du alt gedrückt hältst. Ja. Wenn du das länger machst. Wenn die sich bei LOL bedient. Och, da drüben ist er. Der Filthy Frank. Ich hab double checkt. Ich glaub du solltest mal anfangen einfach... Direkt Feuer zu machen. Ähm. Hallo. In der Theorie hast du mit Sicherheit recht. Okay. Du schildest mich, oder? Ja, schildest. Okay. Dann soll ich mich ja nicht bewegen, ne? Nö. Kannst du alles schon lassen. Na, ich denke mal er ultet vielleicht. Hier auf jeden Fall nochmal. Aber wenn du beides halt auf mich machst. Dann soll ich mich halt nicht bewegen, damit sie mich treffen. Genau. Dann hilft dir das ja nixen. Oh, ich denk... Das könnte ulten. Also du wirst auf jeden Fall keinen Schaden davon bekommen. Ja, ja. Das ist mir bewusst. Aber... Nicht viel zumindest. Will der doch nicht? Ja, das ist so ne Free Action, oder? Ja. Er weiß nicht, sonst... Ähm... Doch. Doch, doch. Oh, ich bin halt gerooted dafür. Ich hab aber auch nicht so viel Damage bekommen. Wie gesagt, in der nächste Runde heißen 20% davon. Ja, wohl! Ah, meins. 5 turns remaining. So, er kann nicht springen. Ja, er kann gar nichts. Der ist tot. Ja. Den hat Asana. Noch alien. Komm ich nicht ran, würde ich sagen. Komm ich gar nicht ran. Oder Sprinter oder so. Okay, dann springe ich. Hier sind doch keinen Time Bank mehr. Sondern echt nicht. Ja, da bin ich auf jeden Fall nicht mehr außerwärts kolosig. Ich hab sogar beide. Krass. Ich glaub, die wollen dich jetzt. Ja, dafür. 34 Damage, Alter. Ja, wenn du Might hast, ist der immer noch krass, das Ding. Ja. Wird dick reingeholtet. Mit Might. Hahaha. Das wird's. Reinkloppen, glaube ich. Ja, hoffentlich. 25 Schaden machen wir mehr, ne? Ja. 25% 25% meine ich, ja. Ich könnte aber ulten, der Helio. Könnte sein. Könnte sein, dass es lässt. Ja, er ultet. Warte. Egal, ich heimlich. Das wird dich auch nicht schützen. Und BAM. Das war so ein Might-Ult, Alter. 28 Damage ist echt nicht schlecht, ey. Ah, nur, dass du bisschen wenig Leben hast, von deinem Geschmack. Jep. Jo. Aber sie können beide hier oben nicht ausbreiten. Heilt mich nur um 10? Das heilt nur noch um 10? Wenn du keine Energie hast, ja. Wenn du keine Schads hast. Das ist ziemlich wenig. Das war vor auch schon mehr. Das Basisziel war schon 15. Und du kommst bis hoch auf 20? Du kommst bis hoch auf 20? Oh nein. Wenn du mich angegriffen... Er rief mich nicht an. Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe immer noch. Du bist da. Ich muss irgendwo hinsprinten, dass wir überhaupt leben. Aber ich werde zu sein. Ich lebe mich nicht an. Ich lebe mich nicht an. Momentan ist sie ja ein... ...relativ cooler... ...nach bei L... L kann nicht von der Seite treffen. Ich lebe mich nicht an. Also wenn der Helium mich noch angreift... Ich lebe mich auf jeden Fall. Oh nein! Stimmt, da kommt eine zweite Ult von mir. Ich bin sowieso tot. Scheißegal, Alter. Oh Leute. Nein! Ah, macht aber Ult. Nein, machst du nicht. Beste jetzt. Ich bin tot wegen... Wegen? ...den Black Hole. Oh. Exakt 10 Schaden, ne? Ich... Das ist natürlich ungünstig. Oh fuck. Okay. Du musst zwei Kills machen. Ich mach den. Du musst zwei Kills machen. Oh lol. So, ja. Only four and both. I lost your might. Lol. Das ist natürlich nicht bad. Vor allem ist es ganz geil. Weil... Suki kann nur mich töten. Glaube ich. Wenn überhaupt. Wenn sie ausweicht. Oh shit. Na gut. Er ist trotzdem tot. Bescheiden. I always have backup. Ja. Zuki kriegt nur mich. Und ich sterb nicht. Damit sollen wir es gewonnen haben. Oh nein. Oh. Das wurde nicht. Das wurde die Dings von... Dang it. Variables. Ohhhh. Wurde geriget von... Titus. Ohhhh. Sad. Die weicht raus. Ich denke ich kann... Ich kann L ausweichen. Ich denke auch dass wir es gewonnen haben. Also sie beschlägt ihr das. Das war ungünstig. Dann killt sie euch beide. Ja. Wobei sie macht nur 40 Damage. Ach stimmt. Die springt nicht mal. Ja. Holdet sie. Okay. Ach. Ist genau. Mich erwischt. Es gibt ja für diese Drohne. Gibt es da ne... Ähm. Ne Mod. Jupp. Ähm. Dass du... No Alter. Besteht es für ein 5. Fuck. Fuck. Nein. Die stirbt nicht. F*** euch. Aber wir haben keinen den wir töten können momentan. An den wir rankommen. Die können auch nicht wirklich auf sich schießen oder? Die steht auch davor. Nein. Jetzt wird über mich geschildert. Achso. Du meinst das weg. Töp Schaden. Das hilft. Wenn sie den Root gehabt hätte und nicht den Slow. Töp Schaden. Die kommt halt alle wieder man. Du kannst das Video nicht treffen. Ach doch manchmal doch kannst du. Jep. Für sonst. Ja. Ich hab mich ja trotzdem. Aber ich bin trotzdem tot. Das ist mein Problem. Es besteht 6. 6. Wenn es beide sterben würden. Was man nicht tun. Ich hätte nicht töten können. Doch ich doch. Ich hab meins. Ja. Du hast es verkackt. Ja. Hab ich denn echt. Aber dann hättest du doch aus dem 6.6 gestanden. Ja. Dann hätten wir es noch weiter auszuhören können. Du hast sogar am meisten Damage gemacht in der Runde. Ja. Dainy Missions Unlocked. Nice. Wuuu. Was nehme ich denn? Was ist das? Was bringt am meisten 2000 Play 5 Matches? Win 3 Matches. Nehmen wir doch. Erstmal Loot öffnen. Ja. Give up. Give up this fight. Ich hab nen Papp-Tornt bekommen. Und gg-boost. Ja. Endlich bekomm ich mal wieder g-boost. Ich hab auf der Ende echt nichts mehr bekommen. Wie der Schatten. Da stehst du auch. Naja. Ich bin Peter Pan. Ich zeig dir meine Wunderhöhle, sagst du? Richtig. Oder Wunderland oder was das war bei Peter Pan. Ich fühle mich glücklich. Da ist es wohl Zeit für... Rask. Ah ne, ich hab noch nicht die Mods, die ich haben will für ihn. Rampart geht immer, sagst du? Ja. Das ist nicht ganz so wild. Die haben aber keine Jiggle-Physics für die Brüste. Von Celeste. Voll fies. Ich erinnere, soll ich denn eine Kataliste drin? Fuck! Teil behindert. Filtic. Feather. Braindjuice. Irgendwie diese Haie-Catalys nehme ich nur, wenn ich keinen Support habe, glaube ich. Ich nehme das eigentlich nur mit Charakteren, wo ich weiß, dass ich in Situationen komme, in denen ich nichts machen kann. Also zum Beispiel Orion, dass ich dann zufällig auszusehen in deiner Wand stehe und dann einfach wirklich nichts mehr machen kann. Ja gut, dann kannst du halt die Runde opfern und dann heilen, ja. Weil sonst finde ich das immer ein bisschen krass, sozusagen eine ganze Runde zu opfern. Ich weiß nicht, ob ich ein bisschen hinkomme. Okay. Ich komme bis hin. Pack da mal. Ich mache mit. Ansonsten... Aber ich gehe dann eher wieder nach hinten. Ich will nicht vorne stehen. Nein! Puh, fast eine Time Bank gebraucht, aber nur fast. Ich weiß nicht bei Ihnen. Ich könnte sagen, sie haben nämlich eher auf der anderen Seite sein. L und Lock und... Oh! Aha! Aurora ist da! Das ist natürlich geil! Die kommt jetzt rund! Das ist bitter für sie! Okay, sie hat mich gecheckt. Carriage. Impelment. Imminent. Komm ran, Mädel! Das ist bitter! Und ich lauf leider jetzt koppelt weg. Ich nicht, ich hab Mide und hau da voll eine rein. Warte! Ich hab Hensi! Und warte! War das andere? I've got a secret! Äh, da gibt's noch mehr. Aber ich kann die nicht. Ja, das... das... Also, ne, ich mein' der Torn. Ja, ja. Ich weiß. Da sagt sie, I've got a secret! Ach so, weil ich das gerade mache, ja. Okay. Wenn du dashst... Das ist... Ach! Ja, stimmt. Ich weiß nicht, warum wir so'n Shit merken kann. Das ist echt... Oh! Ja gut, dann treffe ich halt L, ne? Sie ist rechts hinter dir. 10.7 on the Richter scale! Aber... Ja, dann treffe ich halt L. BAM! Sind wir noch 21, denn... Das ist auch nicht schlecht. Also, sie kann nur rechts hinter dir sein, außer sie hat Unsichtbarkeit. Ja, aber dann sehen wir's ja gleich am Ende der Runde. NICE! Guck mal an, wo sie drinstehen! Oh! Mega geil! Block mal ein bisschen Schaden von L für euch. Ja, mach mal. Lauf dann mal dahin. L ist so'n bisschen das AOE-Monster für einen allen. Ich weiß, ich bin immer noch gemeitet, ne? Die stehen voll mit einer Falle. Finde ich ganz geil. Ja. Ach, stimmt. Jetzt bin ich nicht mehr gemeitet. Du bist zu weak. Jetzt bin ich normal. Dang it. Dang it. Ah, das ist auch noch 25 oder 35, glaube ich. Ähm, hast du zufällig den Mod drin, dass... der Schaden erhöht wird mit dieser Runde, die... die aktiv ist? Ne, aber mehr Energie gibt's. Die Standard-Mods. Fack, Mann. Das sie rollt, ey. Ha! Das block ich aber. Das ist bei der L ganz schön unerwartet, dass sie rollt, sagste. Also, bei... Weiß ich nicht. Ich hätte zum Beispiel jetzt einfach nur angerufen. Nicht rollt. Ach, ich hab nur zwei. Fuck. Weiß ich finde die mit drei aber auch unnötig. Ich wie gesagt... Weiß ich nicht für den... Du kannst halt dann die Sicht von den Gegner ziemlich krass versperren. Ja, stimmt schon, aber... Also, dafür benutze ich das halt, dann so eine richtige Wand aufzubauen. Oh. Okay. Jetzt dachte er erst so schießend ran, oder was? Was? Ah! Ah! Uh! Du bist doch irgendwie... nicht günstig. Du dumme! Was? Binnn... Binnn... Bin... Helio gefolgt. Also sie hat noch ein Dash. Wo rollst du hin? Nach nächst unten oder nach oben? Egal, ich greife Helio an. Egal, ich greife Helio an. Ich habe... Der Tastik drückt. Dreck wie... Ah, deswegen braucht man auch immer deine Time Bank, sagst du? Ja, das ist so häufig, dass ich der Tastik drückt. Bekomme den Sound davon. Aber... Ich habe... Ich glaube... Schon im... Ja, wenn er jetzt zur Heilung läuft, hat er ein Problem. Da glaube ich auch wieder raus. Let me show you... Das finde ich von den Sprüchen her mit am Gehälzen. Ja, wo läuft er los? Wo läuft er gar nicht? Er läuft einfach gar nicht. Er läuft einfach gar nicht, weil er voll im Laser steht. Das ist der letzte Sprüche finde ich wieder am geilsten. Ich wollte nicht irgendwie. So, aber ich ulte, ne? Ja. Ja, da kann ich nicht ulten. Wollte... Ich wollte hocken, ne? Ich dachte mir so, gucke ich dann vielleicht die Aurora, wenn er wegdashed. Ja, da kann man aber nicht ganz safe, ob das gut ist. Okay, uns hat nur einmal geultet. Ja, kannst du auch machen. So ist ja nicht. Wenn die Ulten nur 50 kostet. Ja, die Energieeffizienz wird halt höher, wenn du es durchziehst länger. Ja, das stimmt schon. Hallo! Oh, ähm. Ich bin ein Verdachter, will gleich jemand ulten. Ja, würde ich auch sagen. Ich habe leider noch keinen Ult, ansonsten würde ich zu euch kommen. Das wäre ja richtig, richtig geil jetzt. Um so eine ganze Ulti zu blocken, sagst du? Ja. Es könnte sein, dass ich mich auch triffe, oder? Ja, einen ziemlich weiten Kegel. Kann sein. Ich habe überlegt, ob ich schilden soll. Der ist tot. Dafür ist es gut. Alles klar, ey. Der hat Bock. Der will überleben. Ja, Lockwood ist gelaufen. Au. Ich bin voll noch reingegangen. Weg geht der Schüsser. Ja, und damit war er tot. Damit bin ich tot, wenn Sie jetzt holen. Oh, you're all dust in the wind. Tschüss. Nein! Nein, sie trifft nicht! Sie ist doof! Ja! Sie trifft nicht. Don't you just love the chase? So, ich will mir mal eine Heilung holen, Jan. Ich will lieber einfach weiter gegen Helio. So, das ist irgendwie nicht so geil. Das sieht doch voll. Achso. Deswegen. Okay, nice. Und da bin ich Ulti. 20 damage. Okay, ist auch ein Firepower. Ist eigentlich ein Firepower. Definitiv. Ah, ich weiß nicht, soll ich ulten? Und nach unten schilden? Ah, sie ultet auch, ne? Wer ultet? Ich mach's trotzdem. Wer ultet? Nach unserer Aurora. Ja, unsere Aurora kannst du mal schützen, dort nach unten, ja. Na, aber ich dachte halt, erst mal nach oben oder nach unten, na, ich weiß nicht. Aber nach unten ist, glaube ich, sinnvoller. Ja, unten sind zwei. Zwei, wow. Vielleicht auch nicht. Naja, sie ultet ja. Was noch? Ja, der Laser tut weh. No, er läuft durch. Nochmal der 44 Damage, alter. So, wollen wir jetzt mal fixen, dass er da irgendwo rüber geht? Ich werde mich schilden auf jeden Fall. Ja, mach mal. Und ich hol die Elrond. Ah, fast roll ich. Okay, gut. Ja, 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 alles gut, alles gut. Ich wollte so sneaky reingehen. Ja, ich auch, aber wir machen beide. Au. Rekt. Gute Sagen. Ey, ich hätte gedacht, er geht raus und nicht rein. Nein, sie, mich trifft sie, glaube ich, nicht mehr. Ah doch, okay, aber ich bleib trotzdem noch. Und du kommst ran. Wow. Wenn du Angst hast, dann einfach raus. Nein. Ich glaube, unser sneaky Ding ist nicht so erfolgreich. Nein. Das Problem ist. Ein, eine Cooldown. Oh, ich hätte, ich hätte Braindjuice machen müssen, dann hätte ich uns beide retten können. Aber ich bin weg. Nee, gar, nee, hätte ich gar nicht. Ich bin weg. Ich bin weg. Echt? Echt? Ich war so... Wollt wirklich. Ja, ich hätte auch mal können. Aber... Naaaah. Unterkehrs. Na, guck mal. Wieder ein Ulti-Dodge von hier. Okay. Sie rennt halt, fahrt weg. Okay. Hmmm... Oh, herzlichen Glückwunsch. Juh, hoss krimpelt. Das ist so geil wenn Rampard respawnt, New Objective, Revenge. Ja finde ich auch ganz geil. Schade dass wir gerade unendlich frühstück werden. Und das Aurora sich nicht mehr eine Falle gestellt hat. Voll fies. Ja da habe ich geschildert zum Glück. Eine Heile mal geiler gewesen. Muss ich ja sagen. Das ist mein Might. Ja. Keine deschen, kann irgendwas machen? Ja keine Scheiße. Ja. Doch gut. Weißt du. Ich muss auch mal weg. Guck mal eine L die sich gerade heilt. Unsere beste war ja nicht immer noch Aurora anzugreifen. Aber... Null. Ja die hat halt gar nichts mehr ne. Aurora logisch das halt Support ohne Dash. Er hatte nur ne Ult jetzt. Ja fuck. Ja. Aber zumindest kriegt sie noch Damage ab. Also nächste Router. Bin ich schaust. Jetzt den ersten Mal gestorben. Ich dachte nicht dass er so weit gelaufen ist. 4 Turns left. Aber die L der Lockrote noch haut nicht Damage. Die können zumindest was. Ich glaube ich bin nach der Runde erstmal wieder raus. Gibt's Armbrohiker. Gibt's Armbrohiker. Die haben den Damage generell glaube ich ein bisschen runtergenommen und dafür die Ausweichfähigkeit gestärkt. Kann sein. Pass zu dem. Ja sie haben zwar hier von Celeste die Falle haben sie ein bisschen vom Damage genervt. Das war glaube ich 30 vorher. Und die Ausweichfähigkeiten sind glaube ich im cooldown ein bisschen runtergegangen für viele. Das ist ja ganz schön krass. Das war's. Tot. Haha. Nice. Oh. Ach der kann nicht zum mir dash. Geil. Das ist nicht gut. Oh. Erkoll in seiner Ult kann nichts zu uns. Mein! Fehl dich doch mal. Bleib einfach mal hier stehen. Keine Ahnung was ich sonst machen soll. Ja, Flash ja trotzdem durch, aber nur eintrifft. Krass. Loll, ich dachte er süff mich nicht. Um die Ecke, fuck. Na gut, treff ich halt so ne. Alter ich war gar noch volles Leben. Ich war gar noch volles Leben. Ich war gar noch volles Leben. Ha, ich wurde geheilt. Ich nicht. Und ich kann ja nicht mehr weg. Also ich lauf halt nur dahin. Yay. Warte. Da komm ich rein. Nice. Ich will mehr verstehen, ne? Ich will mehr verstehen, ne? Ich will mehr verstehen, ne? Loll. Äh. Hast du ja gut geschützt. Ernsthaft? Ich hab halt eiskalt nach unten gedrückt. Ja, danke. Bitte, kein Ding. Ha, 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 ha. Voll gethrowd, jetzt wieder. Okay, er schützt mich. Nö. Ich bin halt runter, ich bin hochgedasht und hab die Maus nach unten bewegt. Blink, klick. Ja. Kannst du mir wieder sagen, wo das nicht nach unten ist? Ja. Weiß nicht. Entweder das ist ein Bug, weil das hat mir schon mal jemand gesagt, dass er eigentlich das anders eingegeben hat. Oder keine Ahnung. Oh, Seasons unlobbed. Level 5. Keine Ahnung. Weiß es nicht. Ich bin auch Level 5 geworden. So, was mach ich noch des Dingens auf? 3 Names dazu Level 5. 100 Takedowns. Require 10 Mods. Use 10 GG Boosts. Gain 10 Seasons Levels. Das ist ja alles so ein Kram. Ich lass mal hier Titus Ton bekommen. Take the fight to you. Take the fight to you. Das ist so geil. So. Oh, I'm just full of surprises. Na, wer ist das? Ähm. Für die Frage. Das ist L bei ihrer Rolle. Ja, stimmt. So. Ich bin aber erstmal raus. Erstmal noch einen schönen Abend. Bei uns. Disconnected. Na, wer ist lustig? Dass ich mich für dich da bias war. Ja. Ich bin aber zuerst. Outro Outro